hallo lieben und herzlich willkommen zum mit was update hier auf dem kanal mein name ist julia aurelia und ich darf jetzt für uns die karten legen und schauen welche botschaften jetzt in seelen kollektiv fließen wollen wir gehen heute rein mit dem seelenreise tarot ich gehe wieder in die 15 erlegung das bedeutet ich ziehe die ersten fünf karten schau wo wir aktuell gerade stehen und wie sich die situation weiterentwickelt diese legung machen wir jetzt schon seit ein paar wochen hier auf dem kanal und ich habe festgestellt dass zum einen es sein kann dass manche von euch bereits ein bisschen weiter in diesem prozess sind das heißt manche von euch sind vielleicht schon in der zweiten oder dritten reihe angekommen bezogen auf die situation die präsent ist oder war also lasst uns jetzt mal schauen wir starten mit der ersten reihe und schauen wie die situation aktuell gerade ist oder vielleicht bei dir in der vergangenheit war so was sind die energien im seelenkollektiv was sind die aktuellen energien und wir haben die neun der stäbe den herrscher die sieben der stäbe die sieben der kelche und die vier der münzen so am unteren kartenrad die kraft lass mich mal ganz kurz schauen ob alles drauf ist ich habe ein bisschen umgeräumt hier hervorragend man kann alles sehen so also wir starten mit dem thema mit den neun der stäben und das sind das kann energie sein wo du müde bist wo du erschöpft bist wir sehen auch hier mit den sieben der stäben der die neun der stäbe hier die sieben der stäbe die energie von gucken dass man irgendwas abwehrt eine verteidigungshaltung hier können also konflikte in der essenz von außen irgendwie gerade an dich herangetragen werden was auch immer das für dich persönlich ist ob das ein konflikt mit einer person ist für manche von euch mit einem chef trainer coach mit einem vater das wäre eine möglichkeit hier mit dem herrscher oder vielleicht auch von der gruppe aber wir haben zwei mal die sieben hier siebener sind auch gleichzeitig ein hinterfragen ein hinterfragen hey lohnt sich das dafür auf zu aufzustehen und aufzukämpfen macht mich hier irgendwas glücklich das sind so thematiken die wir hier gerade sehen und das alles aber vorangegangen mit einer gewissen erschöpfung für manche von euch kann es sein dass ihr selber die energie des herrschers verkörpert wo es dann um ordnung geht um struktur geht und vielleicht brauchst du gerade aufgrund von vergangenen erfahrungen ein bisschen mehr ordnung ein bisschen mehr struktur in deinem leben eine gewisse routine die dir irgendwie hier hilft gerade auch weil wir hier noch mal abschließend die vier haben also wir haben 9 4 4 7 7 hier und damit geht es ja auch hier um das thema stabilität sicherheit ein stabiles fundament aufbauen für manche von euch könnte es ein kleines gefühlschaos gerade geben also es muss nicht immer nur ein hinterfragen sein diese beiden karten sondern hier kann es um anstrengungen gehen irgendwas abzuwehren deinen inneren frieden zu halten dann gibt es hier ein gefühlschaos oder unklarheit bezogen auf emotionen und gefühle und in der essenz diese thematik von eine stabile basis schaffen gerade mit den vier der münzen meine herrscher im prinzip auch der herrscher ist das in die aktion gehen und dass die vier der münzen ist das erarbeitete fundament und so kann es natürlich sein dass du sagst okay alles klar ich gehe jetzt hier in die aktion wäre gewisse energien ab versuche meinen inneren frieden zu halten es gibt ein paar konflikte von außen auch dinge wo ich ein bisschen emotional vielleicht verwirrt bin ich genau weiß was macht mich glücklich baby soll ich mich entscheiden oder grundsätzlich so eine diffusheit in den emotionen aber wo es gefühlt darum geht hier ein stabiles oder beziehungsweise ein stabile ein erarbeitetes stabiles fundament zu haben und ich habe das gefühl mit dem herrscher geht es darum in diese aktion zu gehen dich wieder irgendwie zu stabilisieren ob das jetzt in dir selber ist oder in einem lebensbereich dem voraus wie gesagt gehen die vergangenen erfahrungen mit den neuen der stäben welche nicht nur einfach waren sondern auch teilweise anstrengend deswegen haben wir hier so eine erschöpfung was ganz spannend ist weil wir am unterliegenden kartenrand die kraft haben und gerade wenn wir uns das so sehen gerade wenn ich die kraft sehe man kann es sein dass es eben eine herausforderung gibt die deine innere kraft und eine innere stärke hier beansprucht also sprich es könnte gerade irgendwas geben gerade auch weil beide karten hier sehr kraftvoll sind wo es irgendwie für dich darum geht kraftvoll zu sein oder wo eine situation die deine innere kraft eine innere stärke abverlangt das könnte bedeuten ruhig zu bleiben cool zu bleiben oder geduldig zu sein auch das wäre möglich die kraft da geht es auch um eine um eine widerstandsfähigkeit und gerade mit den energien die wir hier haben haben wir im moment so einen kleinen ich würde mal sagen wobbel das heißt müde anstrengend auch das könnten gewisse anstrengungen sein vielleicht willst du dich gerade nur zurückziehen dich abgrenzen um zu heilen dann sehen wir wie gesagt dieses kleine chaos hier noch mal sieben da sind auch wiederum eine herausforderung im tarot die es zu überwinden gilt und dann eben in der basis hier das stabile fundament aufbauen für manche von euch geht es jetzt darum sich irgendwie abzusichern auch das ist eine weitere möglichkeit die wir hier haben von den vier der münzen gerade auch weil wir im hintergrund die das spannend okay jetzt kommen gerade noch kommen gerade noch andere sachen durch aber grundsätzlich mit der mauer geht es darum auch das was man hat irgendwie zu schützen sich abzusichern was gerade als zusatzbotschaft durchgekommen ist normalerweise geht hier bei dieser karte gerade jetzt könnte man sagen die sonne auf oder die sonne unter aber die sonne ist so ein bisschen halb verdeckt hier hinter den mauern es kann sein dass hier das glück und der erfolg das ist das wofür die sonne normalerweise steht oder sorgenfreiheit die ist irgendwie da aber auch irgendwie gleichzeitig halb verdeckt vielleicht sind normalerweise oder vielleicht sind bei dir gerade gewisse umstände grundsätzlich gut die sonne das glück der erfolg ist da ist aber hier halb verdeckt durch die mauern die da irgendwie sind ob das schutzmauern sind ob das was auch immer das für mauern sind die hier gerade die sonne sage ich mal so halb verdecken in der essenz habe ich nach wie vor trotzdem das gefühl dass es hier darum geht dich irgendwie abzusichern in irgendeiner angelegenheit von manche von euch kriege ich rein sind jetzt irgendwie unsicher wie eine entscheidung fällt es kann sein also dass es hier noch eine entscheidung gibt die im außen getroffen wird wo du ein bisschen unklar darüber bist wie diese entscheidung fällt ich höre gerade dass hier ein konkurrenzkampf auch eine rolle spielen könnte gerade auch wenn das hier ein trainer ein chef ein coach ist für manche von euch die eine sehr herausfordernde zeit ist wie gesagt die eingangskarte hier hinter sich haben geht es hier irgendwie darum dass es dass irgendwas eine entscheidung noch nicht ganz gefallen ist wenn es nicht von außen ist dann ist es die entscheidung die du jetzt irgendwie treffen muss ich habe das gefühl hier ist irgendwie eine neu bewertung der entscheidung die getroffen werden muss damit du dich hier stabilisiert so dann schauen wir einmal weiter wie entwickelt sich das ganze sowie entwickelt sich die situation wie entwickelt sich die situation hier wir haben den buben der kirche das ist die leichtigkeit in den emotionen das ist schon mal gut schon wieder eine sieben spannend halleluja das dreht sich um eine krasse transformation guckt euch das an da geht ja so einiges würde ich mal sagen also und am unteren kartenrand auch noch die königin der kirche mit den königinnen der kirchen geht es darum dich um deine emotionen deine gefühle zu kümmern oder dich um dich selber zu kümmern dass du dich gut fühlst zum einen ist es wie gesagt dieses kümmern und das nähren der eigenen emotionen also dinge machen die die freude bereiten die deinem herzen gut tun ein sehr nährendes auf emotionaler ebene haben wir hier eine sehr nährende energie und entweder ist es deine energie dass das jetzt das ist was du machst sprich sprich du kümmerst dich jetzt darum um deine emotionen um dein emotionales wohl es kann allerdings auch sein mit der königin der kirche dass du hier jemanden hast an deiner seite egal ob man oder frau jemand der sehr viel verständnis hat also jemand der dir emotionale unterstützung gibt hier auch das wäre möglich was wir auch sehen können ist dass sich diese energie hier total verändert also im wahrsten sinne des wortes weil wir hier den tod haben weil hier gleich noch eine weitere kartenreihe kommt sehen wir dadurch schon dass der tod die zentrale karte der legung ist das heißt für dich geht es um einen loslass prozess von vielleicht im wahrsten sinne des wortes dass gerade im umfeld im außen etwas losgelassen werden muss vielleicht muss ein wunsch losgelassen werden vielleicht muss ein gedanken muss da ein verhaltensmuster losgelassen werden gleichzeitig aber ist der tod auch so eine übergangsphase das heißt es kann sein dass du gerade in so einer übergangsphase bist wo du was altes losgelassen hast aber in dem neuen noch nicht vollkommen angekommen bist und ich habe da auch das gefühl gerade wenn wir hier die vier der münzen sehen das ist auch da möchte ich noch mal wieder den kreis hier schließen oder da anknüpfen dass es irgendwie darum geht dass es jetzt um ein darum geht ein stabiles fundament zu erarbeiten sich darum zu kümmern um eine basis zu kümmern hier sich irgendwie abzusichern und gerade wenn wir in der energie des todes sind dann ist die energie so ein bisschen wackelig sage ich mal weil wir eine sache verlassen haben aber das neue noch nicht neu verankert sind in diesem in dem in der neuen umgebung und ich habe das gefühl dass es da irgendwie darum geht so innerhalb eines großen transformativen prozesses wieder halt unter den füßen sage ich mal zu finden was spannend ist weil wir hier eigentlich auch noch sehen dass für manche von euch hier ein umzug ansteht oder eine reise stattfindet hier haben wir die sechste stebe schwerter beides sind karten von übergängen also wir sehen für diejenigen die jetzt noch hier in dieser energie stecken wir sehen hier beiden übergang und auch dass du etwas belastendes hinter dir lassen kannst es kommen mit dem boom der kelche zum einen wird es für dich emotional wieder leichter das sagen diese beiden karten also auch da wenn gerade in diesen emotionalen verwirrungen bist dinge gerade emotional auch ein bisschen belastend sind hier auch gerade mit den oder nicht nur emotional sondern auch hier müde belastend dann haben wir mit dem boom der kelchen eine energie in der zweiten reihe wo wir starten mit einem ganz tollen angebot was reinkommt eine tolle nachricht irgendein impuls irgendwas was an dich angetragen wird was dazu führt dass du dich leicht fühlst für manche von euch ist das eine neue beziehung ein neuer entfang innerhalb einer beziehung aber worum es hiermit geht ist eine emotionale leichtigkeit es ist so ein bisschen das aufblühen des frühlings erwachen und wir haben die energie der freude hier und nun kann es für manche von euch sein dass eine nachricht reinkommt oder ein angebot wo wir allerdings dann auch wieder die sieben der münzen haben sprich wir haben hier das thema wartezeit geduldig sein und jetzt aber dreimal die sieben was mir auch sagt dass es grundsätzlich für dich gerade um neu bewertungen geht dinge zu analysieren dinge zu analysieren da rein zu fühlen zu schauen hey lohnt sich das lohnt sich meine geduld zahlt sich meine geduld aus wird sich meine arbeit auszahlen und ich habe das gefühl dass du gerade gerade mit den drei sieben an einem großen umstrukturierungs prozess zum einen bist weil wir hier den tod auch haben zentral wo es aber auch darum geht dinge noch mal wirklich zu hinterfragen und zu analysieren oder ich habe auch das gefühl tiefer reinzuschauen so ein emotionaler neuanfang der hier liegt eine nachricht die dich erfreut ein angebot was toll ist es kann sein dass aber das irgendwie angeknüpft ist an eine wartezeit vielleicht musst du dich noch irgendwie gedulden gute neuigkeiten kommen hier auf jeden fall mit dem buben der kelche rein und wie gesagt dann haben wir hier diese thematik von für manchen von euch ist das eine probezeit hier eine probezeit die eine rolle spielt oder das irgendwie noch ein bisschen zeit verstreichen muss bis etwas wirklich reif ist und das kann zum einen bedeuten dass du hier noch mehr arbeit investieren musste in eine angelegenheit oder dass du einfach geduldig sein muss weil manchmal ist es auch so dass die dinge sich einfach entwickeln und vielleicht musst du einfach mit einem reife prozess oder beziehungsweise hier mit einem transformations ich habe das gefühl dass es für viele von euch hier darum geht dass ein transformationsprozess ein bisschen geduld erfordert wir sehen hier aber auch das thema freude und leichtigkeit vielleicht hast du auch neue visionen neue träume die hier liegen es wird emotional auf jeden fall leichter aber wie gesagt ein transformativer prozess braucht ja einfach ein bisschen zeit die drei der kelche kann auch ein zusammentreffen sein das können das kann sein dass du hier dich mit leuten triffst ist ein grund zum feiern gibt wir haben hier auch die karte der fülle was ganz spannend ist weil hier vielleicht etwas noch ein bisschen zeit braucht aber ich sehe nach diesem transformativen prozess haben wir auf jeden fall eine sehr sehr schöne zeit der zeit der freude der fülle des leben genießen aber auch wenn es gerade so ein bisschen anstrengend ist da kommt das durchaus auch wieder was ich gerade reinbekommen habe ist okay ich habe gerade ein bild gesehen wo es um einen transformativen prozess in deinem leben geht geht und es gibt ja dieses beispiel von der zwiebeln wenn es darum geht gewisse thematiken aufzuarbeiten und das ist das bild was ich gerade gesehen habe dass hier jetzt schritt für schritt schichten gelöst werden die sich beziehen auf diese veränderung durch diese transformation oder auf diese transformation durch die du selber gerade irgendwie in deinem leben gehst und das nach jedem nach jeder runde wo eine zwiebelschicht abgetragen wird hier gleichzeitig wieder sofort in diese energie der freude kommst und ich habe auch das gefühl dass du in der in diesem prozess in dem gerade steckst zeitnah jetzt wirklich auch dich von etwas loslösen kannst du bist quasi in dieser übergangsphase rein in eine ruhigere zukunft in eine entspanntere zukunft weg von den emotionalen wellen hier die wir noch am anfang dieser karte haben und bis hier wirklich in der lage dann irgendwas auch hinter dir zu lassen so dann schauen wir einmal weiter wie entwickelt sich das ganze dann weiter wie entwickelt sich das ganze dann weiter dann haben wir hier noch mal die vier der kelche da ist allerdings auch der neuanfang auch guck dir das mal an und die welt darunter sogar dann haben wir den buben der stäbe und hallöchen der ritter der kelche am unteren kartenrand die zwei der schwerter ich habe das gefühl es gibt hier noch eine schwierige entscheidung oder eine entscheidung zu treffen die auf irgendeine art und weise was zu tun hat mit unklarheiten vielleicht ist nicht ganz klar wie die entscheidung treffen sollst vielleicht ist nicht ganz klar wie die entscheidung fallen wird irgendwas bezogen auf eine entscheidung scheint hier noch ein bisschen herausfordernd zu sein wir starten in dieser reihe mit etwas wo du sagst aber das macht mich hier nicht ganz glücklich das erfüllt mich nicht so ganz sehen aber direkt danach die narren und die welt wir sehen einen neuanfang und gleichzeitig einen abschluss und gehen dann direkt wieder in neue energie beziehungsweise in den neuanfang hier hinein was ganz spannend ist und dann endest du quasi auf eine erfahrung die sich für dich gut anfühlt so das heißt es wird irgendetwas geben ist ganz spannend hier gibt es irgendetwas wo du sagst das fühlt sich nicht gut an vielleicht auch irgendein angebot wo du sagst ah nee ist vielleicht doch nicht so das was ich mir erhofft oder erwünscht oder erträumt hatte und ich habe das gefühl dass du deswegen irgendwie wir haben hier diesen narren und die welt das heißt auf der einen seite habe ich das gefühl springst du in etwas neues rein du gehst hier einen neuen weg was gleichzeitig aber auch bedeutet dass du hier was abschließen kannst und für manche von euch ist das der transformationsprozess der hier abgeschlossen wird der dann dazu führt dass du hier wieder neue frische energie hast mit dem buben der stäbe du fühlst dich inspiriert motiviert energetischer offen positiv optimistisch und auch hier kann es sein dass es dann ein angebot gibt was aufregend ist was sich irgendwie begeistert und wo ich auch das gefühl habe dass du dadurch in eine erfahrung gehen wirst die sich sehr gut anfühlt und sei es jetzt im bereich von beziehungen es könnte hier schöne beziehungs erfahrungen sein das ist eine sehr romantische energie eine sehr liebevolle energie gleichzeitig ist es aber auch dieses okay ich bin hier in einer erfahrung die macht mein herz glücklich die fühlt sich einfach nur gut an was total schön ist wenn wir uns mal anschauen von den neun dass die erste karte mit der wir starten neun der stäbe herausforderungen aufgrund von erschöpfung müdigkeit verletzungen der vergangenheit die eine rolle spielen man will sich nur abgrenzen zurückziehen heilen über diesen großen transformativen loslass prozess der aber gefühlt in in zwiebelschichten verläuft deswegen sei nicht frustriert wenn du irgendwie merkst da kommt jetzt schon wieder irgendwie was hoch weil ich das gefühl habe hier geht es in zwiebelschichten und wir haben hier dieses thema zeit und ist das nicht ist das nicht witzig guck mal da ist sogar der schmetterling drauf das finde ich jetzt spannend ich meine ich habe die karten ja selber mit gestaltet und kreiert mit der melanie und habe natürlich solche hinweise da gegeben aber ich finde es spannend weil jetzt auch gerade in diesem kontext der schmetterling hier nochmal neben dem tod natürlich eine ganz signifikante bedeutung bekommt also die der transformationsprozess wo es dann auch wieder darum auf geht auf darum geht auf zu blühen das dauert einfach und ich habe das gefühl da sind mehrere schritte durch die du jetzt quasi gehst wo immer wieder was losgelassen wird aufgearbeitet wird losgelassen wird so dass du dann letzten endes mehr und mehr freude wieder in deinem leben integrierst und auch wie gesagt in der lage bist wirklich dinge loszulassen oder vielleicht eine gewisse sache loszulassen wir sehen dann wie gesagt hier wir gehen jetzt noch mal einmal anders rein in die legung und zwar von oben nach unten oder beziehungsweise ich war noch nicht mehr so durch der tod hier wir sind ja gerade einmal reingegangen erste karte mittlere karte letzte karte das heißt was wir quasi letzten endes schon sehen können ach krass okay jetzt habe ich gerade drei monate reinbekommen was haben wir denn jetzt september september oktober november dezember okay das heißt ich habe das gefühl diese dieser prozess durch den du gerade gehst und der tod kann durchaus auch intensiv sein das heißt manche von euch sind gerade in einem recht intensiven prozess drin des loslassens des übergangs ich habe das gefühl hier ist der der abschluss quasi den wir hier sehen der ist kommt im dezember und dann wird die energie bezogen auf diese sache situation oder dieser prozess durch den du gerade persönlich gehst hier wirklich sehr sehr schön so gehen wir noch einmal so durch wir haben hier also erschöpfung müdigkeit sich zurückziehen abgrenzen wollen grenzen ziehen verletzungen der vergangenheit und dann sehen wir hier den buben der kirche verletzungen der vergangenheit wir sehen dann ein neues angebot eine neue möglichkeit die sich hier präsentiert wobei ich aber auch irgendwie das gefühl habe irgendwas macht dich innerhalb dieses emotionalen neuanfangs und das ein emotionaler neuanfang das könnte ein job sein der dich total glücklich gemacht hat so oder der dich total so andersrum ein job der dich total glücklich macht aber wo du dann irgendwie merkst mensch irgendwas das ist noch ein bisschen suboptimal ich bin mit der gesamtsituation gerade nicht ganz zufrieden wir haben jetzt zwar eine gewisse emotionale stabilität so weit so gut allerdings ist auch irgendwas hier vielleicht ein bisschen was dich frustriert oder was dich langweilt oder wo du sagst auch mensch irgendwas ist nicht so ganz rund hier so dann geht es gefühlt darum dich um gewisse aspekte jetzt zu kümmern verantwortung zu übernehmen zum einen wie gesagt für manche von euch geht es hier um ein vater thema und einen cheftrainer coach um jemanden in führungsposition aber ich sehe dich auch ganz stark in dieser energie des herrschers zum einen mit dieser thematik dass du gerade routinen struktur regeln brauchst die dir irgendwie gut tun gleichzeitig kann es natürlich auch sein dass gewisse regeln und strukturen jetzt aufgebrochen werden und transformiert werden und dass du hier einige angewohnheiten routinen etc vielleicht los lässt auch das ist möglich nichtsdestotrotz habe ich das gefühl dass du hier in einem prozess bist der jetzt auch ein bisschen dauert wie gesagt ich habe gerade die botschaft bekommen diese transformation diese zwiebelschichten sei geduldig das wird sich auszahlen du wirst wieder aufblühen dauert aber gefühlt drei monate wir haben hier den narren was auch wiederum spannend ist weil wir da sehen okay alles klar du gehst hier quasi von diesem warteprozess von diesem prozess wo dinge reifen wie gesagt da wird es ich habe das gefühl es gibt noch sieben sieben mal diese diese energie von a da kommt irgendwie was hoch und dann oder die zahl sieben die irgendwie auch für dich eine rolle spielen kann das ist ebenfalls möglich aber die sieben sehe ich hier signifikant in diesem transformationsprozess und wo wir dann wirklich hier sehen okay da ist der neuanfang da ist auch vor allem wieder die leichtigkeit ja dann sehen wir hier mit den sieben der stäben diese energie von versuchen äußere einflüsse abzuwehren das ist gerade ein ganz großer prozess der auch jetzt gerade bereits in gang ist vielleicht sind manche von euch auch hier schon ein bisschen weiter aber ich habe das gefühl es geht gerade sehr darum äußere einflüsse abzuwehren was ganz spannend ist weil ihr hört hier eigentlich was hier draußen los ist da ist hier wird irgendwie gearbeitet an der straße so viel zum thema äußere einflüsse abwehren aber genau es geht hier gerade sehr stark dafür um dinge nicht zu persönlich zu nehmen äußere sachen abzuwehren deinen inneren frieden zu halten während du hier durch diese tieftransformative phase gehst während du in diesem übergangsprozess bist der auch dann hier wieder in diesen abschluss führt also der wird abgeschlossen der wird auch noch in diesem jahr abgeschlossen ich habe aber wie gesagt das gefühl dass es darum geht dinge nicht so nah an dich rankommen zu lassen und so ein bisschen von dir wegzuhalten dann sehen wir eine aktuelle energie von entscheidungen treffen entscheidungen die getroffen werden ein bisschen unklarheit ein bisschen sich unklar fühlen gefühlschaos das wandert aber hier auch recht schnell wieder in freude über gerade nachdem die nächste ich habe das gefühl nachdem hier diese nachricht reinkommt wir deuten einmal runter und einmal so habe ich das gefühl nachdem diese nächste zwiebelschicht abgetragen wurde an der du gerade dran bist haben wir hier direkt die energie von freude wieder für manche von euch geht es auch um ein freudiges zusammentreffen auch das wäre möglich aber so grundsätzlich von den energien und was sie für dich persönlich bedeuten haben wir aktuell eine emotionale herausforderung dinge sind so ein bisschen diffus nicht ganz klar geht aber dann über in freude und leichtigkeit und das unmittelbar auch dahin dass du dich wieder positiver und optimistischer fühlst vielleicht auch aufgeschlossener für manche von euch kann das bedeuten dass du hier ein neues hobby ein neues projekt hast oder jetzt projekte und hobbys angehst dinge die dich brennend interessieren die du unbedingt machen wolltest es kann auch ein tolles angebot sein vielleicht sagst du auch ich wollte schon immer diesen kurs machen schon immer diese weiterbildung machen auch das könnte natürlich etwas sein wo du gerade sagst hey ich weiß gerade nicht genau soll ich das machen ja oder nein also auch da wieder das thema entscheidungen treffen wobei ich das gefühl habe du wirst hier definitiv zu etwas ja sagen mit dem bogen der stäbe neue energie energetisch inspiriert motiviert das sind die energien in die du dann quasi reingehst freude was sich bezieht auf dieses diese emotionen die du vielleicht gerade spürst von ah ich bin gerade so ein bisschen diffus emotional auch kann es sein dass hier ein aufregender neuanfang ist grundsätzlich könnte dann nochmal ein neuer impuls von außen kommen eine neue nachricht oder ein aufregendes angebot ja und dann haben wir hier die zehn die zehn genau schön wäre es die vier der münzen dann haben wir die sechs der schwerter so rum und dann haben wir den ritter der kirche was ich auch hier wiederum spannend finde ist dass ich das gefühl habe dass du etwas woran du festgehalten hast etwas altbekanntes auch da könnte das wieder eine verhaltensweise denkweise sein etwas vielleicht was dir mitgegeben wurde von der familie limitierungen von der familie etwas oder etwas was dich irgendwie abgehalten hat das ganze glück und den ganzen erfolg oder die ganze schönheit sage ich mal zu sehen ich habe das gefühl du bist hier in der lage etwas wirklich hinter dir zu lassen und indem du das hinter dir lässt dich davon vielleicht einfach nur auch gedanklich weg bewegst kommst du hier in diese schöne energie vom ritter der kirche also grundsätzlich kann man grob zusammengefasst sagen eine schöne erfahrung die du hier machst für manche von euch sind das romantische treffen können das date sein können das unternehmungen sein mit den liebsten dinge die deinem herzen gut tun du bist also aktiv mit dingen die deinem herzen gut tun gleichzeitig geht es mit dem ritter der kirche auch darum zu sagen hey ich höre jetzt auf mein herz ich höre auf meine intuition du könntest also grundsätzlich hier auch gerade mit beiden karten von so einer festgefahrenen energie könntest du sehr im flow sein sehr also dinge kommen hier auf jeden fall ins fließen gleichzeitig kann es bedeuten dass du jetzt wieder ein stabiles fundament hast du fühlst dich stabil du fühlst dich sicher so dass du jetzt irgendwie in der lage bist dinge hinter dir zu lassen oder eine eine sache eine angelegenheit hinter dir zu lassen zu ruhen zu lassen und dann hier wirklich schön dich harmonisch nach vorne bewegen so ihr lieben ich was machen wir dann jetzt hier ich habe das gefühl wir nehmen noch mal die ancient stones oracle cards so eine zusatzbotschaft bitte für diese belegung the records die aufzeichnungen remember why you came erinnere dich daran warum du gekommen bist oder hier angekommen bist ob jetzt in der inkarnation erinnere dich daran warum du hier bist wie bold sei ich würde sagen wagemutig und legacy das ist das vermächtnis da möchte ich tatsächlich jetzt einmal schauen was diese karte noch zusätzlich sagt ich habe das gefühl da gibt es noch ein zwei weitere botschaften die wir uns hier anschauen sollen momentchen machen wir es denn hier so wo haben wir es records die karten sind so ein bisschen durcheinander wahrscheinlich unter er dann oder records ja 110 so alles klar also erstmal haben wir hier eine activation eine aktivierung und die sagt i am ready to live my life boldly and sing the song i came here to sing auf deutsch übersetzt ich bin bereit mein leben jetzt wagemutig zu leben und den das lied zu singen dass ich hier her kam dass ich dass ich oh mein gott moment und das lied zu singen was ich bestimmt war hier auf der erde quasi zu singen so jetzt lass uns einmal kurz schauen es gibt einen grund warum du entschieden hast sie her zu kommen auf diesen planeten zu dieser zeit in diesem körper deine zeit hier ist wichtig und du hast die möglichkeit and you have the opportunity to make something of you etwas aus deinem leben zu machen deine tage deine wochen monate jahre und jahrzehnte zählen diese karte kommt mit einer einladung und zwar dich daran zu erinnern warum du hierher gekommen bist zu diesem auf diesem planeten zu diesem zeit in diesem körper und dass du es wagst wahrlich zu leben das zu kreieren wo es was du wofür du her gekommen bist um es zu kreieren zu lieben wenn das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen zu create what you came here to create also dass du erschaffst wozu du her gekommen bist hier auf dem planeten das zu erschaffen zu lieben wen du zu lieben gedacht ist als du her gekommen bist zu tun was du wonach du dich wirklich sehnst und die wagemutigste und mutigste version deiner selbst zu werden also ran an die buletten ran an die arbeit heißt es hier und baue dein vermächtnis auf indem du so lebst wie du wie du es möchtest die jetzt muss man ganz kurz schauen dem 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 jetzt kommt was über die steine hier ich gehe einmal kurz weiter zu viele menschen leben ihre leben in angst sie sie dimmen ihr licht und können da und werden darüber nicht wahrlich leben und sie sterben mit der musik die immer noch in ihnen ist mit den träumen die sie nicht ins leben gebracht haben mit der poesie die nicht geschrieben wurde mit den mit den liedern die nicht gesungen wurden und da fragt dich diese karte jetzt welches vermächtnis was möchtest du dass das vermächtnis deines lebens ist denn warte kurz moment wenn all that's left of your body wenn alles was von deinem körper über ist staub und asche ist was möchtest du wofür du erinnert wirst hast du dein leben nur einer sache gewidmet oder wenn du deinem leben nur eine sache widmen würdest was würde es sein und wie kannst du das ein bisschen lauter und stolzer leben wie kannst du etwas wagemutiger sein welches vermächtnis bist du gerufen hier auf der erde zu hinterlassen und wie kannst du wirklich wahrlich leben ja diese karte noch mal als zusatz hier ist natürlich ziemlich heftig also vielleicht bist du auch gerade in so einem transformativen prozess wo es darum geht die ja auch über all diese themen die jetzt mit der karte kamen gedanken zu machen und vor allem dann auch da genau reinzufallen in diese energie wo du von deinem herzen heraus lebst und kreierst und das ist das schöne was wir hier sehen mit dem ritter der kirche dass du hier in erfahrungen bist die sich gut anfühlen und hier auch mit dem buben der stäbe bist du vielleicht motiviert irgendwas jetzt zu tun irgendwas mit irgendwas in die aktion zu gehen was sich hier für dich gut anfühlt und gerade diese beiden karten am abschluss können natürlich für sehr sehr viele ein hinweis darauf sein dass du nachdem hier ein transformativer prozess durch den du gerade gehst abgeschlossen ist dass du dann hier mehr in deiner seelenbestimmung bist und dabei bist dein volles potenzial hier zu manifestieren und zu leben in diesem sinne sag ich mal wieder vielen dank fürs dabei sein und wer jetzt noch ein bisschen entspannung gebrauchen kann der kann gerne dranbleiben für die klänge aus avalon und ich lade dich da ein deine augen zu schließen und einen tiefen atemzug in deinen bauch zu nehmen und spüre wie dabei neue frische energie in deinen körper fließt und du mit dem ausatmen anspannungen und niedrig schwingende energien loslässt äh Amen. 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 Amen.